Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 7. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 498 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Amrufian PC, Volvo, Baidu, Small PDF, Führungswechsel, Waymo, Flickr und Wunschlisten. Ich beginne gleich mit einem relativ vagen News. Bei der geht es nämlich um eine neue Funktion, die anscheinend entdeckt wurde im Quellcode des kommenden Windows 10 Updates. Jetzt werdet ihr euch fragen, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es ein Update gegeben hat. Das ist recht, das Herbst-Update ist noch nicht so lange her. Und dennoch ist wie bei Apple gehen natürlich kurz nachdem die aktuellen OSs draussen sind, schon wieder die ersten Betas online, die vorab getestet werden und da werden immer Funktionen gefunden. Eine dieser ist eben die Anruffunktion. Ein Ding, was ich auf iOS und macOS sehr schätze, ist, wenn ich am Rechner sitze und das Smartphone nicht direkt neben dran liegt, kann ich einen Anruf auch direkt am Mac abnehmen. Natürlich auch an der Apple Watch. Und ich kann das Ganze hin und her makeln. Also ich kann an der Uhr abnehmen, das Ganze auf den Computer schicken und später dann aufs Smartphone und aus dem Büro rauslaufen oder natürlich auch in anderer Reihenfolge. Und sowas ähnliches wie eben Anruf abheben, zum Anruf zurückkehren, übertragen etc. Solche Dinge sollen eben auch in Windows Einzug erhalten und da würde ich mich extrem darauf freuen. Denn das ist ein Ding, wenn ich an einer meiner Windows Kisten sitze und auch das wieder mal nicht wertend gemeint, dann möchte ich das genau gleiche tun, wie ich bei macOS und iOS gewohnt bin. Ich bin mal ganz gespannt, wenn das dann wirklich kommen wird oder ob es kommen wird. Volvo und Baidu. Die beiden, Volvo ist ja ein Autohersteller aus den nördlichen Ländern. Das wisst ihr sicherlich Baidu für diejenigen, die gerade nicht damit anfangen können. Das ist so eine grosse Internetbude aus Asien, aus China genau gesagt. Suchmaschine, Maps etc. Also ein bisschen ein Google von Asien kann man das fast, oder von China besser gesagt kann man das nennen. Und die haben jetzt wie gesagt zusammengespannt, denn Baidu hält Volvo als einer der sichersten Autos auf den Strassen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die da auch immer ein bisschen vorne mit dabei bei den ganzen Tests, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Aber es geht nicht um normale Autos, sondern um autonom fahrende Autos. Bis zum Jahre 2040 sollen weltweit 33 Millionen selbstfahrende Fahrzeuge unterwegs sein. Die Hälfte davon soll in China verkauft werden. Und Baidu möchte da eben einen grossen Teil stellen, seien es gesherte Geschichten oder auch taxiähnliche Geschichten. Da möchten sie vorne mit dabei sein und haben sich jetzt eben da einen Partner mit ins Boot geholt. Wir dürfen gespannt sein. Und ja, gehen zur nächsten Neuigkeit über. Da geht es jetzt um ein Startup aus der Schweiz. Hört auf den Namen SmartPDF. Und das Ganze ist ein Internetdienst, der euch es einfach macht, um zum PDFs bearbeiten. Das Ganze passiert online. Und der Dienst fiel unter anderem Dropbox auf, denn die sind auf sie zugekommen, ob sie nicht mit ihnen kooperieren möchten. Laut dem Artikel, den ich hier mit verlinken werde, findet kein Geldtransfer in beide Richtungen statt. Natürlich, zum einen Dropbox erhofft sich ein einfacheres und simpleres Bearbeiten der PDF für ihre Kunden. Und umgekehrt, das Schweizer Startup erhofft sich natürlich, dass sie dadurch auch monatlich bezahlende Kunden bekommen. Wie genau das Ganze abläuft nachher, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, wird aber sicherlich bald verraten. Und werden wir natürlich auch hier im Geek Talk Daily sowie im News Format verfolgen. Weiter geht's mit Cortana, dem Sprachassistenten von Microsoft-Seite, der ich leider immer noch nicht habe. Die lustige Box, so dass Alexa, wie heisst das Teil da, das Echo oder das HomePod von Apple und ähnliches, sollte mal ja auch als Hardware rauskommen vom ehemaligen Samsung-aufgekauften Unternehmen. Da wird's wahrscheinlich nichts, denn der im Frühjahr eingesprungene Chef oder Verantwortliche für Cortana, der hat jetzt nach einem halben Jahr den Battle geschmissen und oder wurde gegangen. Das weiss man nicht ganz genau, muss man aber auch nicht. Ich hoffe nur, dass Cortana nicht noch mehr in den Hintergrund rutscht. Microsoft hat ja da ein bisschen was nachzuholen. Und auch einiges versprochen in puncto Alexa, etc., Kooperation, Zusammenarbeit und so weiter. Vorher war ich bei den autonom fahrenden Autos von Baidu und Volvo. Jetzt gehen wir zu dem anderen, dem Google. Und die haben ja eine Tochterfirma, also nicht Google, sondern ABC, eine Tochterfirma Waymo, die sich eben mit genau solchen Dingen beschäftigt. mit selbstfahrenden Autos. Die haben ja vor, ja, wir sind doch schon ein paar Monate wieder her, die 10-millionste autonome Meile geknackt, also deren ihre Fahrzeuge sind sehr, sehr fleissig unterwegs. Und Statistiken zeigen auch auf, dass sie eben sehr sicher unterwegs sind, sicherer als Menschen. Und um genau so einen geht es, um einen Menschen, der da mitgefahren ist, also der in dem Auto mitgefahren ist und kurz vor einem Unfall stand. Und was hat er in dem Augenblick gedacht? Ich muss eingreifen, weil, ja, die KI wird da nicht den Weg rausfinden, hat nach Weg, statt, ja, links zu bleiben, nach rechts weggedreht und ein Motorradfahrer mitgenommen. Das sind natürlich Dinge, die unschön sind, vor allem, wenn man eben nachher im Nachhinein rausfindet, dass die KI voll auf dem richtigen Weg war und eben beide, ja, Kollisionspartner im Blick gehabt hätte und eben ohne einen Unfall oder ohne Sachschaden, obwohl, da gab es nicht allzu gross, aber eben der Motorradfahrer durfte leider ins Spital gehen. Da gibt es natürlich, oder da wird es sicherlich auch in den nächsten Jahren noch das eine oder andere in der Richtung geben. Ich würde mich dennoch freuen, wenn mehr autonom fahrende Autos unterwegs sind, obwohl ich auch da einen grossen Respekt davor habe. Aber gehen wir zu der nächsten Neuigkeit. Flickr war früher mal der oder die Anlaufstelle, wenn es um Fotos im Internet ging. Da konnte man gut Bilder abladen, kostenlos, aber auch mit dem bezahlten Account. Später kamen dann mal die unbegrenzten Zugänge dazu oder Millionen, nee, ein Terabyte Speicherplatz war das genau und solche Geschichten. Und durch den Verkauf an Smugmug musste da ein bisschen was rumgeschraubt werden und angepasst werden. Und da fiel natürlich zuallererst mal die ein Terabyte Speicherplatz zu Opfer. Heisst, ab sofort hat man nur noch tausend Fotos zu gut, die man kostenlos da oben bunken kann. Wenn man mehr da bunken möchte, dann darf man dafür bezahlen. Jetzt überlegt ihr euch vielleicht, habt ihr das eine oder andere Bild da oben, da oben, also bei Flickr, das ihr nicht mehr lokal habt, dann solltet ihr möglichst bald vorbeigehen und eure Bilder noch runterladen. Das geht über verschiedene Wege und wie ihr das genau macht, wenn euch es interessiert und ihr eben da noch Bilder habt. Wir haben in den Shownotes einen Link bei der Geek Talk Daily 498 zum Anklicken, Durchlesen, Nachmachen und Freude haben und natürlich auch teilen. Zu guter Letzt komme ich nochmals zurück zu Microsoft und die schrauben ja fortwährend an ihrem Store Room darin, wo man nicht nur Apps, sondern auch Filme, Hardware und alles Mögliche kaufen kann. Da wurde jetzt so weit rumgeschraubt, das aber, grosses Aber, aktuell für Insider, heisst, wird intern getestet und wird dann nächstens irgendwann dann auch mal ausgerollt für die breite Masse. Aber ein Feature, auf das ich mich freue, respektive schon freuen kann, weil ich es schon habe. Neu könnt ihr Dinge, die ihr auf der Xbox One zum Beispiel in Einkaufswarenkorb legt oder auf der Windows 10, also auf einem Windows-Rechner, egal, Convertible, Mobile oder Desktop-Rechner. Wenn ihr da irgendwas in Einkaufswagen legt, könnt ihr das nachher am nächsten Gerät, sei es auch ein anderer Computer oder eben auf der Xbox oder umgekehrt, wiederfinden und von da aus weiterbestellen. Und da spielt es keine Rolle, ob da Hardware drin ist, ob da ein Film, eine App oder was auch immer drin ist. Das Ganze wird einfach synchron gehalten. In Zeiten der Cloud eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber schön, macht da Microsoft weiter und bastelt daran, dass das auch funktionieren wird. Auch kommt nächstens eine Wunschliste mit dazu. Heißt, ihr könnt euch da ein bisschen was zusammenklicken. Ich hätte da so ein schönes Surface Go, was ich mir da schon mal reingemacht habe und das eine oder andere Spiel mir reingeklickt. Und ja, da, das ist das Schöne daran, lassen sich auch teilen. Wenn man also kurz vor Weihnachten steht, kann man da mal einen Wink mit dem Zaumpfahl in ein paar Richtungen gehen über den Wunschzettel. Auch das ist ein Teil, der über die Insider-Geschichte ausgerollt wird. Für all diejenigen, die keine Insider sind, es kommt irgendwann dann hoffentlich auch für alle. In diesem Sinne, das waren es die News, die ich heute für euch habe bereitlegen können. Morgen ist Donnerstag und genau, dann geht es auch schon bald auf Ende der Woche zu. In diesem Sinne, euch viel Erfolg, einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.